Dann werden wir diese Möglichkeit auch gleich nutzen für uns Und sie natürlich richtig schön verhauen Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's play Mirror's Edge mit dem Philly Boy In der letzten Folge sind wir wieder in so ein schönes Gebäude eingebrochen Haben so einen komischen Typen belauscht Wegen diesem Projekt Icarus und so Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch in der letzten Folge an Und jetzt werden wir natürlich wieder von diesen ganzen bösen Cops verfolgt Und suche einen Ausweg In der letzten Folge hatten wir es schon mal versucht Aber wir sind elendig verreckt Ja und deswegen machen wir mal das Spiel fortsetzen Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus Gehen wir mal das Spiel fortsetzen Und hauen ab Wow, 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 wow So, wir kommen hier hoch Oh, oh, oh Komm her, komm her So, schnappen wir uns die Waffe, mal eine schöne Zeitlupe im Action Okay Aber wir kommen hier hoch Ich will hier hoch Okay, hoch Face mit dir Hoch mit dir Face Los Face Face, du bist ein richtiges Face, Mann Ich bin schon wieder gestorben Leute, das Spiel ist nichts für mich, glaube ich Ich sterbe immer Ich sterbe, ich sterbe, Mann Ich mag es nicht zu sterben Okay, nochmal Okay, und Hopp So Ja, jetzt hier nicht so rumspacken Dahin Jetzt Beweg dich, beweg dich, na da Jump dahin Hoch mit dir Wo sind die ganzen Polizisten? Jetzt sind plötzlich keine mehr da, oder was? Oh, oh, oh Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie Aber da ist unsere Tür Unsere Tür in die Freiheit Ich hab's noch nicht abgeschüttelt Schade Wäre auf jeden Fall schön gewesen Jetzt das tat richtig schön weh Oh, oh, ich höre da ein klopfender Hintergrund Die brechen gerade irgendeine Tür wollen die einbrechen Bestimmt, wenn ich oben die Treppe erreiche Diese Leiter erreiche, wenn sie aufbrechen, ne? Das ist immer so Das ist wie in diesen schlimmen Fällen So, wo muss man hin? Oh, die Tür brechen sie auch auf Wow Wir holen ab, wir holen ab Ich renne einfach um mein Leben Oh, das war ein richtiger Leck Was ist hier los? Ich bin blind Ich will nach Hause Oh, oh, oh Jump faith Gemeinsam sind wir stark Okay, okay, okay Wo geht's lang? Da ist eine Tür Eine Tür ins Glück Schon wieder eine Tür ins Glück Oh, oh, oh Das hat weh Okay Okay, hau ab Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Drück den Knopf hier Und rein mit dir Oh Nochmal So Und jetzt jumpen wir hier rein Wo geht's hin? Runter? Wir sliden mal ein bisschen runter Oh, geil Sind hier irgendwelche? Ich guck Ich geh mal kurz ein bisschen raus Na, hopp Faith Bitte Die süße Die süße kleine Oh, jetzt sind wir in irgendeinem Kellertrakt Würde ich mal vermuten Ich hoffe, die haben uns nicht Das Level wird geladen Ich hoffe, die haben uns nicht so allzu sehr verfolgt Aber wir haben ja gehört, dass Sie uns verloren haben Boah, das war wieder richtig Action Reicht Mein Herz pocht Bis zum Anschlag Und dann schauen wir mal Was hier so weitergehen wird Oh, ein schwarzes Loch am Boden Und eine Tür Wir schlagen sie auf Hallo, Polizisten So, wir sehen unten Es wird gespeichert Das ist schon mal sehr gut Dann werden wir hier starten Beim nächsten Mal Falls ich wieder sterben sollte Was natürlich Was natürlich nicht allzu schwer ist Wollte ich sagen Boots Wir rauschen da mal wieder richtig dagegen Ihr habt doch sonst nichts zu tun, ne? Ihr habt doch sonst nichts zu tun, ey Ihr habt keine Hobbys da Der super schöne Wir jumpen hier mal hin Ja, schreibt es mal in die Kommentare Ob euch das so richtig stört Hier mit den ganzen Legs, ne? Weil die habe ich ja Aber ich muss einfach aufnehmen Auch wenn ich jetzt die Legs habe Weil Ich habe nur jetzt Zeit zum Aufnehmen Und ich will ja, dass ihr jeden Tag Eine schöne Folge bekommt Aber ihr könnt ja ruhig mal schreiben Wie euch das halt Wie ihr das findet Sollte ich lieber nicht aufnehmen Und Ja, dafür Irgendwie später mal aufnehmen Wenn ich wieder herausgefunden habe Warum ich die ganzen Legs habe Oder Wollt ihr lieber mein Gequassel hören Und euch ist das Spiel gar nicht so wichtig Ich weiß auch schon wieder gar nicht, wo ich lang muss Das mit dem Heli ist ein bisschen unangenehm Und wir nehmen hier einfach mal dieses Sprungbrett Wow, 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 wow Okay, okay, okay Wo geht es lang? Faith Mach keinen Blödsinn Mach keinen Blödsinn Da hinten Zu den riesen Kranien Kranischen Okay, hier geht es irgendwo lang Ja, nicht verhackeln Nicht verhackeln Jump to the ramp Nein, ich will nicht kämpfen Ich bin doch ein Mädchen Ich kann nicht kämpfen So, richtig schön ins Faith Oh, noch einmal So, wo ist der Nächste? Nein Zack, wir haben deine Waffe genommen Bring dich um Und wo ist der Nächste? Schön, schön Hast du schön gemacht, Faith? Weg mit der Waffe Okay, mit Waffen können wir nicht klettern Das haben wir schon mal rausgefunden jetzt Wie fandet ihr gerade diese Action-Scene? Wo ich richtig schön gekämpft habe Und wir werden gerade verrecken Wir werden verrecken Wir werden verrecken Ich will nicht verrecken Okay, wir sind nicht vom Helikopter gestorben Wir sind einfach von meiner Blödheit gestorben Das ist doch mal auch wieder was richtig Besonderes Was eigentlich gar nicht so unlogisch war Also, dass die Cops mich umbringen Ist eher schwerer, als dass ich mich selber umbringe Hoch mit dir Low Faith So Wo geht es weiter? Hier unten drunter sliden Das sieht man auch schon gleich Das Level ist so aufgebaut, dass man das machen muss Und dann kicken wir schön die Tür mal auf Barts Und wir erleben einen grünen Gang voller Früchte Waren wir nicht schon mal? Hä? Oder nein? Fangen wir hier wieder von der Stelle an, oder was? Ach nee, vorhin war das ja so Da war eine Tür, wo wir runtergeslidet sind Ach ja, endlich mal wieder ein bisschen Fahrstuhl fahren, ey Das habe ich vermisst Wir haben auch schon länger nicht mehr gemacht Oh Schön mal strecken Oh, Leute Heute ist ein schöner Tag Wir haben Montag den, ich weiß es gar nicht 14. Den 14. Oktober Und ich wurde, Leute, wisst ihr was? Ich wurde getaggt Aber das habt ihr wahrscheinlich schon seit einigen Tagen gesehen Weil die Folge kommt jetzt erst recht spät Die hier Und getaggt wurde ich am 13. abends Und dann habe ich gleich heute am 14. eine Folge produziert und auch hochgeladen Also ihr könnt es euch gerne angucken Oh, was mache ich denn hier? Habe ich schon gedrückt? Warum fahren wir denn noch? Hallo Drück mal Face Äh, hallo? Hallo Drück den Knopf Was steht denn da eigentlich? Runner Fünf Signale Äh, warum es ein Runner ist oder so? Ich bin nicht der beste Englisch-Breaker oder verstehe Na gut, dann lesen wir es mal lieber nicht Ich will mich hier nicht unnötig blamieren Mache ich ja sowieso schon mit meinen ganzen Toden Und ich weiß nicht Hat das Spiel sich hier gerade so ein bisschen aufgehangen? Oder Was ist hier los? Wir boxen einfach mal Können wir auch nicht Und es laggt natürlich hier Oh, schöne sieben Frames gerade gehabt Oh, endlich Das hat aber lange gedauert, ne? Hat das lange gedauert? Sind wir überhaupt irgendwo anders jetzt? Hey, wir kommen doch von hier, oder? Kommen wir von hier? Ne, ne? Ich bin gerade ein wenig verwirrt Ach, diese Pflanzen sind so schön, ne? Oh, schön abgerollt Schön abgerollt Nicht so wie immer Und wir rollen uns nochmal ab Weil ich es so richtig drauf habe Und dann nehmen wir diesen Zaun Klettern hier vielleicht hoch, wenn es geht Ja, sehr gut Gucken wir mal, wo es als nächstes hingeht Oh, da hätten wir einen Rollrun machen sollen Das sollen wir einen Rollrun machen, okay Dann werden wir diese Möglichkeit auch gleich nutzen für uns Und sie natürlich richtig schön verhauen Boah, Mann Ey Ey, ey, was war los? Tja, ich würde gerne was trinken Aber Das machen wir nach dieser Folge, ne? Nach dieser Folge werde ich mir richtig genüsslich was eingießen So einen schönen So eine schöne Limo Und Ja, wird sich richtig gut ausschlürfen Was haltet ihr denn von Limonade? Seid ihr eher so die Die Fruchtsafttrinker Die Wassertrinker Die Limonadentrinker Oder vielleicht so Cola-Trinker Bier-Trinker Es gibt ja alle möglichen Trinker Oder sagt ihr euch Hey Ich trinke einfach was, wenn die Quere kommt Also ich persönlich trinke eigentlich auch Also alles recht gerne Also Alkohol mag ich jetzt nicht so Ich bin nicht so der alkoholische Typ Aber so So ein Energy mal Oder So ein Fruchtsaft Vielleicht auch mal So eine schöne Cola Naja, das sind alles so Sachen Die kann man ruhig mal gut trinken Aber wir sind ja hier in dem Spiel Oh, sind die Cops schon wieder da? Okay, wir hätten irgendwie Nach oben gemusst Ich verquassle mich hier auch wieder Mit meinen ganzen Coca-Cola-Geschichten Äh, Coca-Cola Habe ich nicht gesagt Ich meinte Cola Entschuldigung Ich will ja nicht Werbung machen, ne? Also es gibt auch noch Pepsi-Cola Und Dr. Pepper-Cola Wow Okay, wir sind auf dem richtigen Weg Das ist ein Klettergerüst Auf dem können wir die Cops abschütteln Hat er gesagt Wer auch immer dieser Typ ist Okay Richtig schön gejumpt, Philipp Richtig schön gejumpt Okay, sehr gut Machst du das, sehr gut Hier ist eine Leiter Die nehmen wir Die nutzen wir Ist da irgendwie so ein So ein Ticken von der Uhr im Hintergrund Hört sich so ein bisschen danach an, ne? Ja, ich bin ja Schon fast oben So, wir halten das Gleichgewicht ein Wink Und, 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 und Können wir hier hoch? Und hoch mit dir Weiter Oh nein, ist das nicht schon wieder Ist das schon wieder so eine Stelle? Ich dachte schon, dass wir so eine Stelle Wo wir uns aufgegangen haben, ey Und hoch Faith Okay, okay, weiter geht's hier rechts Nein, nicht rechts Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Au, 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 au! Oh, was machst du denn für Mist? Was machst du denn für ein Blödsinn? das war ich nicht das hat sie gemacht sie war das leute ich kann nichts dafür ja ich spiele sie nur aber sie war es versteht ihr ok auf ein neues auf einen neuen versuch zack wir smashen hier hoch und springen dahin sehr gut da kommt der böse helikopter dann müssen wir hier hoch jumpen dahin und dann geht es weiter nach dort so dann machen wir so einen wallrun und verkacken den mal so richtig schade schade leute egal der spaß wird mir nicht vergehen am spiel denn ihr seid dabei und ich hoffe euch gefällt vielleicht gefällt sich auch nicht weil ich sterbe aber egal so diesmal schaffen wir es wir sind alle guten dinge sind drei aber vielleicht uns gar nicht mehr ist ist überhaupt der dritte versuch wahrscheinlich schon der 37 oder so ach ja fallen wir wieder noch mal runter ihr seid so süß mit euren machine gewähren jetzt wird aber jetzt wird jetzt irgendwas macht dafür blödsinn ich komme ich komme gerade nicht klar auf mein leben ich komme gerade nicht klar jetzt schießen sie nicht ne und jetzt schießen sie ok jump und jetzt war ein action for life sorge sehr gut so jetzt haben wir sie kurz abgehängt das leiden hier drunter durch schön und die kisten zeitlupen action noch mal noch mal zack schnapp ich mir das ding ja das hier genauso eine szene wie ihr letztes mal stehst du auf nein du wirst nicht aufstehen wir müssen nach da oben ok 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 schade mit der pistole oder mit der shotgun können wir leider nicht weiter also wenn sie polizisten weg kommen das ist für mich noch so eine situation die muss ich noch meistern also das ist noch nicht so einfach für mich oder das war ja nicht so schön und dann ok wir müssen die hoch und hier um fest greifen ein wenig nach rechts klettern und wusste der helikopter ganz ehrlich wenn die mich so richtig wollen würden hätten die mich auch schon bekommen gerade mich ja war ich so ein unfähiger bub bin so dann machen wir gleich noch mal so ein jumping body da hoch jump ok da kommen sie schon wieder ich habe das zum gefühl ok wir sind auf dem dach ok schön abgeholt schön abgeholt ich will die waffe haben oh nein er hat mich umgebracht er hat mich umgebracht das ist mal wieder richtig peinlich nein wisst ihr was noch viel peinlicher ist diese mega brille die ich jetzt aufziehe die ihr nicht sehen könnt schade vielleicht zeige ich sie euch irgendwann mal die habe ich jetzt auf und es fühlt sich gleich so viel besser an ich fühle sich ja gleich viel besser an zu spielen hallo ok spaß beiseite ich brauche keine brille tut mir leid und wir sehen diesen wunderschönen weißen bildschirm und ich würde mal sagen dass der perfekte moment um euch zu verabschieden und diese folge zu beenden ja wenn es euch gefallen hat schreibt es in die kommentare lasst eine richtig schöne dicke bewertung da so richtig geilen daumen hoch also wirklich hoch und bis zum nächsten mal bis dahin euer philip steht wo mein stimme bleibt Bis zum nächsten Mal.